Willkommen zurück zu Metal Gear Solid V. Diesmal auch wieder mit Stream. Lange nicht mehr gestreamt. Schon wieder ein paar Tage her. 48% haben wir jetzt. Mal schauen, was können wir hier machen. Wir können Belohnungen abholen. Tun wir das doch mal. 451.000 GmbH haben wir. Treibstoff, immer her damit. Ein bisschen mehr Kohle könnte ich schon gebrauchen, aber egal. Schauen wir mal, was wir hier so tolles auswählen können. 45 Gefangenenrettung 19. Okay, das wollte ich eigentlich vorher machen. Das mache ich dann nach dieser YouTube-Aufnahme. Wir eliminieren die schwere Infanterie 11. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir da drin landen. Ich glaube, da sehen wir uns sofort. Oder? Ich meine, da steht niedrige Gefahr, aber... Vielleicht sind die auch hier irgendwo? Vielleicht sind die aber auch genau da? Ich weiß es nicht. Mir ist es lieber, wenn ich irgendwie da reinlaufe. Mit Pferd ist okay. Jetzt wird die PS4 endlich wieder leiser. Die heizt sich in dem Hubschrauber total auf. Ich weiß nicht warum. Das ist aber auch nur in dem Hubschrauber so. Da müsste mal ein Update kommen, das das irgendwie behebt oder so. Okay. Kein hinterlnder Hund. Wow. Ich werde jetzt schon mal eine Kassette abspielen, wenn ich dazu komme. Das ist die Glow-Kate, die Cypher hatte, den PF zu transportieren. Vorher uns zu uns, der Boss hat ihn aus einem Auto über die Savanäne gezogen. Ist es eine Metallicke Archaie in der Nähe? Ja. Die Archaie metabolisiert Uranium 235, um zu subsist. Sie müssen in der Glow-Kate, oder sie können nicht überleben. So, die biologische Träger, die wir für Empfehlungen genommen haben, waren eigentlich die realen Cargo. Natürlich sind sie aktiviert. So, sie können nicht triggern eine stückliche Erreichung. Sie sind wie Bakers. Schwere Infanterie 11, oder? Ja. Sie werden die Erreichung auf dem Uranium verbrechen. Ich denke, du hast die Weapons-Grade Träces gesehen. Ja, wir sind. Und die Malachite, die auf dem Truck, hat Träces von Uranium in es, auch. So, das ist die Blöcke, oder? Skull-Face, was gonna sell Doom- Wäre fast schiefgelaufen, aber nur fast. Die Archaie ist wichtig. Sie werden die Archaie in den Archaien verbrechen. Sie können die Erreichung von Wäppens-Grade Uranium von Metallica Archaien werden. Das muss der größte Faktor der Träuern sein. Das und die Möglichkeit, zu effekten die Erreichung zu bewegen. So, if the amount of uranium in the ores are low enough, they can get past the subject on board. Leave the rest to us. They only need a tiny amount of the Archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. Hm. My only goal in developing the metallic material. Was there really only the one? What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years, the Diné reclaimed the Navajo nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty. But we were proud to live off the land we called our own. But in the moment, the atomic bomb was dropped on Hiroshima, everything changed. I don't get it. The nuclear arms race between the US and the Soviet Union began with the end of the Second World War. Suddenly, there was a massive demand for uranium. And it was our ill fortune, that the ground beneath the navajo was rich, with uranium ore. I have to go here until I can. Set up mine after mine. Arschlöcher. Work them. Never informed of any danger. Every day, they went to work with no protection. The slag was simply piled out in the open. When rain fell, uranium traces left behind would seep out. And when the ground dried, it was blown about as dust. Land and water were contaminated. Irradiated. Irradiated. Many of us became sick and died. That pain lives on to this day. I have no idea. One thing more than anything to revive the land my forebearers left to me. I was delighted upon discovering microbes that eat uranium. Okay. It could be domesticated. I believe it could be in my hand of uranium. Were you successful? No. The research called for funding on a colossal scale. But nobody was willing to invest with no prospect of a return. And that's when Skullface showed up. Correct. I can save you and your people. Wild. To hear the same will. That is what he said to me. And I believed him. Plagana forced me to abandon my uranium cleanup work. And focus on nuclear weapons. And he held all the Diné hostage. Today the uranium mines within the reservation are finally closing down. It is simply less expensive now to source uranium overseas. New victims. Different places. But uranium is a tactical resource. To rely on a foreign country for it is a difficult decision to make. And he was in the perfect place to influence that decision. He could have condemned your people to the mines forever. The contamination comes not only from uranium. The fallout from the nevaran nuclear tests also settled on a island. Do I really need to go down? When the fall of fortune were not already planned enough. Here above can I also not really do anything. To save the Diné, I must complete my original research. So here will definitely start the mission. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh okay. Da vorne sind sie. Two pieces. So lange die sich nicht gegenseitig angucken Kann ich die ganz leicht überfallen Okay Okay Ah, nur mehr eins Oh, okay Er kommt auch Oh, okay Oh, okay Schnell für Ablenkung gesorgt und BAM! Und BAM! Und BAM! Und BAM! Und BAM! Und BAM! Ha! Alle Viere! Und das war's! Der Helikopter wär sogar genau neben den gelandet! Hey, ich hab den in den Arsch geschossen! Fall um! Ach, daneben nicht! Lass mal die Markierung wieder entfernen! Die stört ein bisschen! Ziegen hab ich auch schon genug auf der Base! Das ist Bequat! Arriving shortly at LD! Okay! Steigen wir in den Helikopter ein! Wir können los! Wir können loswerden! Wir können loswerden! Wir können loswerden! Und das! Ein Fernglas ist ein tolles Werkzeug! Ja! Besonders um Schrauben festzuziehen nutze ich das Fernglas immer! Ja! Und zwar noch 48% Das geht nicht weiter, ne? Neben Operation 79 von 157. Also jetzt haben wir schon mal die Hälfte! Gefangenenrettung 19... Ja, muss ich noch machen. Ich weiß. Schwere Infanterie 12. Na toll. Haben wir gerade mal die 11 geschafft und machen wir schon wieder die nächste. Von mir aus. Da sind wir nah dran. Mission starten. Den Feind wahrnehmen. Genau. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also, der Telekopter hier wird jetzt auch, wie die Ladezeiten, relativ nervig. Ich zähle das ja schon fast mit zu den Ladezeiten. In der Zwischenzeit nochmal eine Kassette abspielen. Kotoga. Untertitelung des ZDF, 2020 Isolating, the one that covers and transplanting it into the medium, should provide the same abilities as the Skulls. But they can only subsist within a human body, once transplanted into the medium. They will eventually die. Okay. Es sind erstmal nur drei. Nein, es sind vier. Nein, es sind fünf. Ach, sechs. Nein, es sind sieben. Scheiße. Die ZDF, 2020 Is to alleviate this, by releasing the salts inside them as microparticles. Water vapor condenses around them, appearing as mist. But this dries out the atmosphere until they cannot even produce mist. And once their supply of water from the host runs out, the parasites are in danger. They, along with their host, enter a form of suspended animation. Ich könnte ja das was länger da waren. The effect occurs if they come into contact with a large amount of water. Rain, for instance. The one that covers will temporarily abandon other processes. In its eagerness to absorb the water. Peti horone. Make the weather your ally. Talk. Where are your friends? The map has been updated. Hold them off. Mach. Oh nein. Hund, mach was. Ich riskiere hier wirklich, dass ich gesehen werde, nur weil der Hund hier nicht das macht, was er soll. Sieben. Okay, da da oben wird es wahrscheinlich ein kleineres, großes Problem. Und okay, der da oben wird jetzt doch nicht so ein großes Problem. Der soll mal damit aufhören. Er tut nur dem Typen weh. All right. Und? Alter, nein! Der hat mich nicht gesehen. Die haben den Typen schon wieder überweckt. Oh! Wie auch immer. Alter. Arschlöcher. Jetzt kann es mir eigentlich total egal sein. Dann eliminiere ich die Typen dann auch. Ich brauche die nicht. Ich kann jetzt meine ganze Wur zu spüren bekommen. Wir sind mir jetzt total egal. Wieso ist nur der eine markiert? Wieso? Ich hab die Ja, mach mal. Zwei. Ist klar. So lange die nicht wissen, wo ich bin, ne? Ah, scheiße, der war daneben. Aber die kommen genau auf mich zu. Als ob die schon wissen, wo ich bin. Natürlich weiß der das. Die Mission heißt zwar eliminieren, aber ich hole die meistens immer normal raus. Nur dieses Mal nicht. Weil die mich auf den Sack gehen. So. Die erste schwere Infanterie, die ich wirklich eliminiert habe. So. 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 Okay. So. So. Ich mach mal lieber nicht nirgends, dass ich doch noch treffe. Das ist Bequat! Auf Station an LZ! Steig auf! Elite Soldaten. Natürlich. Taktische Begleiter. Alles schon mal gelesen. Wird langsam langweilig hier im Ladebildschirm. Sidops List updated. Hm. Warte bei 378. Alter. Ähm. Ja. Ach Quatsch. Wollte ich doch jetzt gar nicht. Ich wollte Emblem nicht, Avatar. Den werde ich sowieso nie benutzen. Natürlich muss ich wieder neu ins Menü. Vorderseite. Hintergrund. Was brauche ich noch mal? Tiere. Ja. Drei andere Codenamen. Ein Problem wurde geändert, Änderung verwerfen? Nein. Okay, dann beende ich erstmal die YouTube-Aufnahme für dieses Mal und es geht dann weiter, sobald ich die eine Nebenoperation nochmal gemacht habe. Bis denn. Vielen Dank.